Ungeimpfte, ungetestet, unbeugsam. Ich finde, die sollten 4 Uhr draufschreiben und auch noch unglaublich dumm dazu nehmen. Denn momentan erleben wir ja wirklich eine Tyrannei der Ungeimpften, die über das Zweidrittel der Geimpften bestimmen und uns diese ganzen Maßnahmen aufregen. Tyrannei? Wer sich partout nicht impfen lassen will, der muss die Folgen auch davon tragen. Entweder indem er auch bis hin zum Arbeitsplatzverlust geht. Die Erkrankung hat ohne Impfung eine Letalität zwischen einem und zwei Prozent. Das heißt, bei 100.000 Menschen würden 10.000 Menschen an der Erkrankung sterben. Denn die Impfungen sind die wahrscheinlich risikoärmsten, bestwirkenden und harmlosesten Impfungen, die wir jemals gehabt haben. Ich habe auf beide Impfungen stark reagiert. Kein Arzt war anfänglich bereit, seine Beschwerden mit der Impfung in Zusammenhang zu bringen. Our governments are not publishing the information anymore. Seit 30 Jahren impfe ich. Aber sind die Impfungen jetzt nur bei der Impfung? Nein, 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 die seriöse Wissenschaft kommt doch gar nicht zu Wort. Ich habe... Ich habe... Ich habe... Untertitelung des ZDF, 2020